Hallo Leute und willkommen zum Video rund um den Dunkfresser. Seine Quest beginnt in der Tafelrundfeste, so wie ihr die königliche Hauptstadt erreicht habt. Dann nämlich findet ihr sein Phantom in der nun offenen Kammer hinter den beiden Händlerinnen. Der reviled Blessing. Apparently not. You are but a lamb. A stranger to defilement. Ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and deformity at bay. Ein äußerst positiv gestimmter Typ, oder nicht? Nun ist die Geschichte des Dunkfressers nicht nur eine von vielen NPC-Questreihen, sie führt auch zu einem exklusiven Ende des Spiels. Das ist zwar nicht trophäenrelevant, lohnt wegen des coolen Outros aber trotzdem. Um nun weiterzumachen müsst ihr den Dunkfresser einen sogenannten Fluch des Saatbeets bringen. Von denen gibt es im Spiel insgesamt sechs Stück. Das erste findet ihr im Haus Vulcan, genauer im Keller des Anwesens. Den erreicht ihr hinter der Steinschwertschlüssel Nebeltür kurz vor dem Teleporter zu Lord Rikard. Wenn ihr euch über die dortigen Gitterkäfige nach unten fallen lasst, die Krabbler unten erledigt und zum Ende des Raumes lauft. Dort auf einem Stuhl gebettet liegt der erste Saatbeetfluch. Kehrt anschließend in die Tafelrundfeste zurück und überbringt dem Dunkfresser euren Fund. Nein. Warte. 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 runterfallen. In diesem Tunnel warten erst ein paar vereinzelte Ratten und hinter der nächsten Kurve ein paar große Giftpflanzen. Bei letzteren rate ich euch zum stumpfen Ignorieren, sich mit denen anzulegen lohnt die Mühe nicht. Passt allerdings nur darauf auf, dass ihr bei der letzten Pflanze ihren flächendeckenden Lichtstrahlzauber nicht genau dann triggert, wenn ihr gerade die Leiter hochklettert. Oben angekommen wartet eine gemeine Falle. Das dort so prominent platzierte Item ist nämlich der Köder für eine Riesenhand, die euch sogleich einfängt, wenn ihr das Ding einsammeln wollt. Daher lieber vorsichtig umkreisen, von hinten attackieren und dabei ihre kleinen Kollegen nicht vergessen. Habt ihr die Grabsche erledigt, findet ihr den Dungfresser in seiner Zelle, die ihr mit dem von ihm erhaltenen Schlüssel öffnen könnt. Mal schauen, wie gut er tut diesmal drauf ist. Zurück in der Tafelrundfeste werdet ihr feststellen, dass das Phantom des Dungfressers verschwunden ist. Hinterlassen hat er, wenig überraschend, einen Fluch des Saatbeets. Doch wo ist der Bursche hin? Denn auch seine Zelle in der Kanalisation ist leer. Zurück in der Tafelrundfeste findet ihr nun eine Nachricht vor. Euch schände ich als nächstes. Kommt zum äußeren Graben. Ein recht vager Hinweis, wo ihr hingehen müsst. Der äußere Graben, über den der Dungfresser geschrieben hat, ist im Norden der Hauptstadt zu finden und über den Ort der Gnade namens Außenwall Schlachtfeld leicht zu erreichen, wenn ihr von dort aus nach Osten reitet und den kleinen See im Burggraben anpeilt. Vor Ort trefft ihr überraschend auf den Krebshändler aus dem Seenland. Sprecht ihn einfach mal an. Nach dem Gespräch macht einen Save and Quit und, nun ja, seht selbst. Praktisch, ihr bekommt einen weiteren Fluch des Saatbeets, seine Händlerklangperle, eine Eisenkugel sowie seinen Helm. Viel Zeit zur Freude bleibt allerdings nicht, denn ihr werdet plötzlich vom Dungfresser überfallen. Sein schwarzes Phantom taucht unvermittelt in der Mitte des Sees auf und es kommt zum unvermeidlichen Duell. Passt im Kampf höllisch auf. Zum einen beherrscht der Dungfresser fatale Wahnsinnszauber, zum anderen kann er mit seinem Großschwert schneller draufdreschen, als man das vermuten mag. Überhaupt ist er trotz seiner Leibesfülle recht flott unterwegs, lässt sich aber durchaus gut unterbrechen. Wie jeder andere Invader hat auch er einen Heiltrank, den er eifrig nutzt, wenn ihr das nicht zu unterbinden vermögt. Habt ihr den Burschen bezwungen, bekommt ihr sein Milos-Schwert, das nicht nur cool aussieht, sondern auch recht heftigen Blutungsschaden verursacht und mit dem ihr einen Schrei ausstoßen könnt, der gegnerische Resistenzen verringert und schwere Angriffe zu einer fatalen Kombo-Kette aneinanderreiht. Zurück in der Tafelrundfeste findet ihr das Phantom des Dungfressers an seinem altbekannten Platz kauern. Und siehe da, die Laune des Burschen scheint sich langsam aber sicher zu heben. werden muss er bekommen. Geben mir die Zungfressen. Geben mir meine F früh mit der Seed-Bed-Kurz, wieder und wieder, bis es geht bis ein Stöhnen zu haufen. Bis eine Kürste-Bring will beenden und ein Tag Black Kingdom ein einem Tag eine Verbrechtung zu haben. Nehmt mehr habe ich es getötet, dass ich unglaublich aner ? Und bald werden die Fruiten geboren werden. Hundert werden geboren, kursen. Und sie werden tausende Kinder geboren. Sie werden tausende Tausende mehr geboren. Ein paar von ihnen werden geboren, wie ich. Und sie werden sterben. Und sie werden sterben. Und sie werden in meiner Stead geboren. Die Rotten Fools. Meine Macht war das größte. Die größte. Die größte. Die größte. Weitere Flüche des Saatbelts aufstürmen, kriegen wir hin. Die nächsten beiden findet ihr in Elphael, der Stütze des Harligbaums. Und zwar, wenn ihr euch direkt vor dem Raum mit den ersten beiden Reihenfäulerittern rechts über die Schräge auf diesen Balkon fallen lasst. Dort die Treppe runter, rechts dem Flur folgen, wieder rechts. Und ihr findet das gute Stück hinter ein wenig Gerümpel auf dem Schoß einer Leiche liegen. Der nächste Fluch ist nicht weit entfernt. Sorry für diese Ruggler, die sich irgendwie in die Aufnahme geschlichen haben. Jedenfalls hüpft erneut recht zu Beginn des Gebiets auf diese Schräge, die ihr über den Balkon mit dem Fackelritter erreicht. Springt von hier aus auf diesen kleinen Platz mit der runden Pagode und einem Raum, in dem ein weiterer Reihenfäuleritter wartet. Hüpft von hier aus am besten mit einem solch schrägen Winkel auf die gegenüberliegende Schräge, macht einen U-Turn, lauft nach oben und an diesem kleinen Raum vorbei und tada, hier liegt ein weiterer Saatbeetfluch. Damit habt ihr nun alle und ihr könnt zurück zum Körper des Dungfressers in der Kanalisation unter Lainedell. Ein ganz schönes Rumgelaufe, by the way. Ein Kurs... Ein Kurs... Ein Kurs... Auf sie alle. Sie werden alle kursiert, alle von ihnen, zusammen mit ihren Kindern... und ihren Kindern... für all die Zeit zu kommen. Sie werden jetzt kursiert, Ihr bekommt die Heilruhne des grausamen Fluchs, mit dem ihr das spezielle Dunkfresser-Ende des Spiels freischalten könnt. Wenn ihr das selbst erleben möchtet, solltet ihr aus Spoilergründen jetzt abschalten. An alle anderen, viel Spaß mit dem exklusiven Dung Eater Outro. Vielen Dank. Vielen Dank. The Fallen Leaves The Fallen Leaves The Fallen Leaves